hallo leute und herzlich willkommen ein neues video ich bin christian so ist das ist so sports cars heute mal was cooles finde ich also muss ich sagen da das berührt mich jetzt auch ein bisschen persönlich weil auf diesem fahrzeug also auf dem exemplar auf diesem fahrzeug habe ich meinen führerschein gemacht 2002 2002 2000 ja 2002 da muss man kurz zurückdenken es liegt schon weit zurück ja ja da ist man halt auch schon viel drin gesessen in dem auto und das war damals halt so das maß der dinge ja also wir sprechen über einen golf 4 gti und haben einen karpon raus oder Ja, also jetzt wenn man so von hinten anguckt, ist schon ein bisschen Understatement pur, oder? Muss man sagen. Ist aber auch so der erste Golf, der jetzt von dem Maße her, von den Proportionen auch größer wurde. Golf 1, 2, 3 sind ja von der Abmaße deutlich kleiner. Das war jetzt hier dann schon ein richtiges Kfz auch mit dem Innenraum. Man kennt es eigentlich mehr oder weniger nur am GTI Schriftzug. Man muss schon weit drunter gucken, dass man dann die zwei Endrohre drunter sieht. GTI gab es in einigen Motorversionen witzigerweise. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Den GTI gab es wie hier mit dem berühmten 1.8 T. Die Fans kennen den Motor. Dann gab es ihn als 2,3 Liter Fünfzylinder Sauger und als 1,9 Liter TDI GTI. Genau so hieß der damals. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber von dem Bekannten von mir, der Vater hatte den so. Und dann war das nämlich auch mein Fahrschulauto. Also gerade mit dem 150 PS TDI Motor hatte ich den in der Fahrschule. Und damals war es natürlich eine Welt. Ja, was hatte die? Das 300 Newtonmeter oder so. Ging schon vorwärts, ja. Also da konnte man schon Autofahren lernen. Was kann man hierzu sagen? Wir haben, sieht man auch, zweiteilige BBS-Felgen. Aber wenn wir schon im Heck sind, sage ich noch etwas anderes dazu. Später kam ja dann, also GTI wurde gebaut 1998 bis 2003. Ich meine 2001, muss ich mal zurück erinnern, 2001, ja, kam ja die 25-jährige Jubiläums-Edition vom GTI auf den Markt. Es sah optisch dann ein bisschen aus, wie wenn so, wie wenn er schön veredelt wurde. Also wie wenn jetzt so ein bisschen ein Rieger-Tuning war, ist aber vom Werk aus, dann sieht man auch das eine Endrohr. Also er hat ein dickeres Endrohr, ein bisschen größere Felgen. Gab es dann, glaube ich, 3000 Exemplare vom Golf 4 GTI insgesamt. Also über alle Modelle wurden, glaube ich, knapp 160.000 Autos verkauft. Schon eine ordentliche Zahl. Aber ich meine, guck mal, man sieht ja heute noch Vierer-Golf rumfahren. Also ich finde, das war eine Zeit lang, glaube ich, eines bestimmt von den meistgefahrenen Gölfe, oder? Ja, schon. Also gefühlt, ja. Und auch so das typische Fahranfänger-Auto über Jahre hinweg. Selbst 6er-Golf, 7er-Golf draußen war, hat ein Fahranfänger noch ein 4er-Golf, ja. Also wenn da die Karosserie nicht durchgammelt, muss man sagen, ist die Technik eigentlich schon sehr robust. Zweiteilige BBS-Felgen haben wir auf dem GTI. Wir haben uns jetzt schon gefragt, ich habe gar nicht recherchiert, dürfte gerne in die Kommentare schreiben. Gab es denn damals auch schon als Fünftürer den GTI, oder gab es den nur als Zweitürer? Muss man vielleicht zu der Zeit noch sagen, wir haben Scheibenbremsen vorne und hinten. Aber auch sonst von der Seite... Ja, Traktor, gib alles! Sonst auch von der Seite jetzt keine Merkmale oder irgendwelche Kennzeichen. Normalerweise bei den späteren hast du dann immer hier so den GTI-Badge oder so. Haben wir nicht, also man kennt es eigentlich nur an den Felgen. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, sehen wir hier auch wieder den GTI-Badge. Aber sonst optisch eigentlich unterscheidet er sich auch kaum vom anderen Golf, ja. Wir haben Xenon-Licht beim GTI. Gut, das war natürlich zu der Zeit das Nonplusultra. Heutzutage ist das ja auch schon lange überholt. So, also... Check, check, check. Aber VW ist ja so nutzerfreundlich, das kriegt man mit einer Hand hin, oder? Aha. Haubendämpfer. Haben sie ja dann irgendwann mal weggelassen bei den späteren Modellen. Gerade beim 8er Golf. 20V-Turbo, da haben wir ein 1.8T. So, wie ihn die Leute kennen und lieben. Ja, gibt's nicht viel zu sagen. 150 PS haben wir. Boah, das sollte man als Drehmoment und so wissen, ha? Kann ich das schätzen? Wir blenden es ein. Ich schätze trotzdem mal vom Gefühl her, sag ich, der hat 200 Newtonmeter. Na, ne, dann wär's dann sauger. Ja, sagen wir 220 Newtonmeter hat der Drehmoment. Schätze ich jetzt einfach mal so pauschal raus. Ähm... Nichts aber schätzen oder nochmal anheben. Ah... Gewicht. Ja, aber das war so... Man hat ja so das Gefühl gehabt, finde ich. 1er Golf war natürlich das, der Golf, ja. 1er Golf GTI. Der 2er Golf GTI hatten auch noch Freunde von mir früher. Das war ja auch noch so ein bisschen ein Hype. Am 3er Golf ist dann richtig abgeflacht. Lag aber auch, finde ich, daran, dass dann auch zeitgleich den VR6 gab. Ähm... Und hier beim 4er Golf ist ein bisschen das Problem, finde ich. Der GTI ging natürlich völlig unter, weil es vom 4er Golf ja auch später den R32 gab. Und das war ja für viele so der Übergolf, ja. Und dann hat so der GTI, finde ich, so ein bisschen... Ja... Ich finde, man muss aber auch die Kirche im Dorf lassen. Weil wenn man den GTI... Wir fahren den nachher auch eine Runde, der ist auch schon sehr weich und so. Also, das fühlt sich eigentlich an wie ein 4er Golf mit einem starken Motor. Ist auch meiner Meinung nach dann eher so ein bisschen Richtung Alltagstauglichkeit entwickelt worden. Und nicht mehr so was, was den Spirit ausgemacht hat von dem GTI. Und deshalb war der wahrscheinlich auch nie so wirklich beliebt, der 4er Golf. Aber inzwischen, muss ich sagen, der Markt zieht gerade schon ein bisschen an, was die Preise angeht. Gerade für gute Exemplare wie der hier, muss man sagen. Also, ersterhand, tipptopp Zustand. Und darf man ja auch sagen, war nach einem Tag schon verkauft. Grüße gehen draußen an Lukas. Das ist jetzt schon krass. Jetzt verzeiht mir auch, wenn ich jetzt nicht alle Details von dem Auto habe und da recherchieren konnte. Und wir haben einfach gesagt, weil, wie gesagt, der war jetzt auch echt schnell verkauft. Da müssen wir noch ein Video drüber machen. Weil mich hier einfach emotional so viel mit dem Auto verbindet. So eigentlich meine ganze Jugend. Oder ich meine, es hat sich ja jetzt ein bisschen gelegt. Aber früher war das ja für einen das Wichtigste, der Autoführerschein. Ich kriege jetzt inzwischen von vielen mit, das ist dann ja eigentlich egal, ob es den Führerschein hin oder nicht. Also, irgendwie ist das so ein bisschen abgeflacht. Aber das war halt damals das Wichtigste. Und deshalb bleibt auch so ein Auto hängen, auf dem du den Führerschein gemacht hast. Und wenn ich jetzt hier so im Cockpit sitze, ja, das alles so ein bisschen blau hinterlegt. Und so das Design von den Armaturen, das hat sich unter den Haut gebrannt. Auch so, dass am Radio hier das blau alles, alles blau beleuchtet. Das ist schon krass. Wie nennt VW das Holz hier am Ding, ich glaube Mürte-Holz. Wir haben ein 5-Gang-Handschaltgetriebe, für die, die es noch interessiert. Ja, Mürte. Weil das ja gar nicht so viel Holz ist. Ne, es ist nicht viel. Ich finde es jetzt auch nicht extrem stark. Genau, und es ist auch dunkel und der Innenraum ist auch dunkel. Deshalb, das beißt sich auch nicht. Es gibt R32 mit so einer überhellen Wurzelholzausstattung. Ich nenne es immer Wurzelholz. Das sieht dann mal, finde ich, krass aus. Und inzwischen ist das aber auch schon ein richtiger Hype. Also es gibt Leute, die suchen dann einen mit der heller Holzausstattung innen. Aber hier ist das recht dunkel gehalten. Und dann erinnert mich das auch noch ein bisschen drauf. Ich hatte mal einen, da haben wir uns noch nicht gekannt, oder? Ein Bora VR6. Ne. 2,8 Liter. Boah, das war ein Panzer. Mit dem habe ich alles gemacht. Ja. Und der hatte ja auch praktisch das Vierer Golf Interieur. Ja. Aber halt mit dem VR6. Ja. Also wenn wir jetzt hier, weißt du, bei 80 kurz mal. Weißt du, das schon. Ja, geht schon. Ja. Er fährt schon. Ja. Kann man nichts sagen, ja. Sehr ruhig denn. Total unaufgeregt. Es ist halt alles sehr, sehr, sehr weich. Die Lenkung, weißt du. Ja, du hast halt den dicken Reifen. Du hast so mehr oder weniger. Ich will jetzt sagen kein Feedback. Aber es ist halt einfach ein Alltagsauto. Das war halt auch die damalige Zeit. Da war noch nicht alles so extrem stark. Da war noch nicht so, genau. Und das war halt so bei mir ein bisschen die Zeit, warum ich auch Art dann so auf Japaner geschielt habe. Also die ganze JDM-Geschichte. Weil die halt mit ihren Autos schon recht sportlich unterwegs waren. Im Gegensatz zu den deutschen Fahrzeugen immer, muss man überlegen. Ja. Also wenn meine Freunde hier sowas gefahren sind oder so, weißt du, habe ich halt, muss man überlegen von der Zeit her. Jetzt, gut, kannst du jetzt nicht so direkt vergleichen, aber trotzdem. Ein Honda Civic Type oder ein Mitsubishi Evo oder so, weißt du, das waren ja Ultra High Performance Autos zu der Zeit im Vergleich zu dem hier. Und selbst der R32 muss ich sagen, klar, der lebt von seinen Motoren, von dem Klang. Und der sieht ja optisch richtig gut aus. Aber jetzt so richtig viel kann das Auto halt auch nicht. Ja. Und er fährt schon nicht schlecht. Er fährt nicht schlecht, oder? Hat was, ja. Auf jeden Fall. Du kommst vorwärts. Also ich kann verstehen, wie gesagt, der neue Besitzer von dem Auto, der sucht auch was für den Alltag. Und ja, da funktioniert das Ding auch. Und ich finde auch ganz ehrlich, der Innenraum, der ist jetzt auch nicht, sieht jetzt nicht nach 2002 aus oder so. Also ich finde, das haben die echt gut hinkriegt damals, dass das in der heutigen Zeit jetzt nicht so aussieht, wie wenn das jetzt schon fast damals war. Also ich würde sogar sagen, der eine oder andere sagt wahrscheinlich, dass zu der Zeit noch die Verarbeitung auch gut war. Wahrscheinlich, ja, das noch dazu. Weißt du, das fühlt sich auch alles. Ich meine, klar, es ist Plastik, aber es fühlt sich alles, wie soll ich sagen, fest an. Es klappert auch nichts. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, Siebner Golf geht auch, aber die ersten Achtergölfe jetzt nach dem zweiten oder dritten Winter fangen schon an zu klappern. Also die Verarbeitung, sag ich mal, zu der Zeit war sicherlich noch gut. Und es ist auch so, ja, es ist aufgeräumt. Es ist halt so typisch VW zu der Zeit. Wie auch der Fünfergolf danach war, der war auch noch nicht so übertrieben vom Innenraum. Und der Fünfergolf, muss man halt sagen, da war der GTI dann halt eine richtige Wucht. Da haben sie sich dann wieder richtig an Performance orientiert. Und dann blieb halt der Vierer irgendwie so ein bisschen auf der Strecke. Die Edition, die 25er Edition, die war schon immer wieder mal ein bisschen beliebt. Aber so der normale GTI ging halt ein bisschen unter. Aber wie gesagt, jetzt gerade hier, das Problem ist halt, du hast halt ein Rostproblem mit dem Vierer Golf. Und da sind halt viele weggegammelt. Was wir auch noch machen, was bestimmt lustig ist, da finden wir bestimmt gute Bilder. Wir blenden mal so ein paar, weil das war so, glaube ich, das typische Vierer Golf, das typische Tuning-Failout, oder? So Flügeltüren und Dinger, was ja zu der Zeit sicherlich geil war. Aber da können wir jetzt mal so ein paar Tunings und das blenden wir mal ein. Das blenden wir mal ein, weil da passt er rein. Und das ist halt jetzt so das Coole an dem. Den hat auch eine, also wie gesagt, der war nur in einer Familie im Besitz und haben auch nur die älteren Personen da gefahren. Das ist komplett Serie, da ist alles Original an dem Auto. Und dann hat es schon fast wieder was Besonderes. Ja, es ist einfach witzig. Also da wollte ich jetzt nochmal reinfühlen in die Zeit. Und das kommt echt an. Weißt du, du kannst halt auch so, auch von der Leistung her, weißt du, easy, sag ich mal, im modernen Verkehr mitfahren. Ohne dass du jetzt sagst, es gibt ja das ein oder andere ältere Auto, jetzt zum Beispiel hier ein Vierer Golf, gibt es ja glaube ich auch mit 50 PS oder so. Weißt du, wo du dann, sag ich mal, in einem kleinen Bergstück schon wieder in den ersten Gang runter musst. Auf sowas hätte ich halt keinen Bock. Ja, aber der funktioniert. Gehen wir direkt zu die Außenszenen, oder? Ja. Also. Let's go. Let's go. Oh. Das hat nichts mit dem Auto zu tun. Ja, das ist echt bitter, haben wir gerade gesprochen, die Zeitumstellung klaut uns wichtige Stunden, Tageslicht. Deshalb jetzt auch in der Halle das Ende. Was gibt es zu sagen? Preisentwicklung interessiert vielleicht viele. Aktuell muss ich sagen, Gute, so wie der jetzt auch verkauft wurde, um die 10.000 Euro. Gut, ich denke mal, da kannst du halt auch schon welche ab ein paar hundert Euro kaufen, in dementsprechendem Zustand, bin ich mir sicher. Ja, aber gerade die GTI, in welcher Form auch immer, so ab 10.000, gute, ja. Dann aber auch nicht arg viel weiter, weil so 13, 14, 15 kommen dann die Editionsmodelle, wo ja ein bisschen beliebter sind. Und genau, Preisentwicklung, gut, ich sehe es halt mal, wenn der Zustand erhalten bleibt, sehe ich es als wertstabil. Ich glaube nicht, dass es da jetzt große Sprünge gibt, dass sowas irgendwann mal 30.000 Euro wert ist, das glaube ich nicht. Aber im guten Zustand auf jeden Fall wertstabil. Sollte es auch schon gewesen sein, oder? Fabrice, hast du noch was? Interessiert dich noch was? Geheimnisvoller Tim, willst du noch was wissen? Nein. Nichts, also. Dann sind wir soweit durch. Folgt uns, liked die Videos, aber ganz wichtig folgen, die Klingel, die Glocke aktivieren, Klingel. Wo sind wir überall vertreten? Facebook, Instagram, auch reinschauen, Instagram immer tagesaktuell, News, was reinkommt, was rausgeht. Mit, ähm, quick StudiVZ, nimmt langsam ein bisschen ab, ja, wird immer ein bisschen weniger. Ansonsten, genau, lasst ein bisschen Liebe da, das ist wichtig, ja. Sowas muss man ja auch wertschätzen, das ist Arbeit, da stecken viele Leute dahinter. Und dann geht es bald weiter mit vielen guten neuen Videos. Schönen Abend, bis dann. Ade.